Die Schönste ist sicher, wenn man nachts im Dunkeln mit der Raupe fährt. Man fährt irgendwo durch den Wald und es hat halt so Eiskristalle auf der Schneedecke und glitzert alles. Da wird es dann ein bisschen romantisch. Aber das geht jetzt nicht gerade spurlos, auch wenn man da jeden Tag durchfährt. Ich bin der Xander und bin ein Mitglied vom Walseleupen-Team. Wir sind da in Mittelberg, im Körn-Walsertal und ich präpariere im Auftrag von der Gemeinde die Steinbockleupen. Die Steinbockleupen selber ist eine 15 Kilometer klassische Leupen und 5 Kilometer Skating. Teilweise sind sie auf der selben Strecke geführt und dann weicht es dann auch ab. Ich frage mich, wie die Raupe funktioniert, da kann ich die auch reinsetzen und sagen, das ist fahrwärts, rückwärts. Aber funktionieren tut das ja halt einfach im Laufe der Zeit. Wir reden ja auch viel mit Langläufern, die gehen selber laufen, der Bruder und ich. Und da merkt man es dann schon, wie gesagt speziell in der Abfahrt, wenn dann irgendwas nicht mehr fahrbar ist. Und dann versucht man es halt besser zu machen. Das ist halt so ein bisschen familiär, oder? Das, glaube ich, macht den Reiz der Leupen und dem ganzen Sport schon aus. Das ist halt so ein bisschen. Und dann versuchen wir bei der Leupen und dem ganzen Sport schon aus. Das ist halt so wichtig. Das ist halt so schön. Das ist halt so schön.